Haben Sie sich jemals gefragt, wie Sie die bestmögliche Pflege für unsere älteren Menschen gewährleisten können, ohne unser Bankkonto zu plündern? Die Antwort könnte Sie überraschen. In diesem Video erfahren Sie drei Geschichten über ältere Menschen, die Wege gefunden haben, in Würde und mit Glück zu altern. Entdecken Sie, wie sich die Unterstützung von Familie, Freunden und der Gemeinschaft sowie die Anpassung an neue Lebensstile positiv auswirken können. Feiern Sie mit uns die Weisheit und Widerstandsfähigkeit unserer Ältesten. Vergessen Sie nicht zu teilen, zu liken und zu abonnieren, wenn Sie Teil dieser Bewegung sein möchten. Es ist nicht dasselbe wie Großvater. In meinen 75 Jahren habe ich in Pflegeheimen gelebt und Pflegekräfte eingestellt. Beides ist teuer und manchmal nicht angemessen, vor allem, weil wir keine hohen Renten haben. Meine Frau ist vor über fünf Jahren gestorben und ich werde dieses Jahr 75. Nach ihrem Tod stellte ich eine Assistentin ein, entließ sie aber zwei Monate später. Meine Kinder machten sich Sorgen um mich, weil ich nie ein guter Koch war. Sie beschlossen, eine Pflegekraft zu bezahlen. Wir einigten uns auf monatliche Kosten von 5 mal 500 Yuan, einschließlich Verpflegung und Unterkunft. Die Pflegekraft war etwa 40 Jahre alt. Sie stammte aus einer ländlichen Region und schien ehrlich zu sein. Aber ihr Essen war schrecklich. Sie verbrachte viel Zeit vor dem Fernseher oder am Telefon. Manchmal rief sie sie wiederholt an, aber sie hörte mir nicht zu. Ich habe sie gefeuert. Sie verhielt sich nicht wie eine Pflegekraft. Es schien, als würde ich mich um sie kümmern. Ich zahlte mehr als 5000 pro Monat, um jemanden in meinem Haus zu haben, der seine ganze Zeit am Telefon verbrachte und dessen Mahlzeiten ungenießbar waren. Das Geld war es nicht wert. Ich dachte, es wäre besser, es in mein eigenes Essen zu investieren. Ich beschloss, ihre Dienste nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Meine Kinder fanden dann ein Zimmer in einer Pflegeeinrichtung für mich, aber ich weigerte mich, dort hinzugehen. Sie machten sich Sorgen, weil ich allein lebte. Pflegeheime sind heutzutage im Allgemeinen gut, obwohl das Personal möglicherweise nicht ausreichend ist und das Management sehr streng ist. Jedes Mal, wenn man das Gebäude betritt oder verlässt, muss man sich registrieren. Ich bin ein sehr freier Mensch und kann diese Art von Kontrolle nicht ertragen. Außerdem sterben dort Menschen, was deprimierend ist. Nach etwas mehr als einer Woche beschloss ich, das Pflegeheim zu verlassen. Ich bin der Meinung, dass eine Person, die in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, nicht in eine Pflegeeinrichtung gehen sollte, insbesondere wenn sie ihre Unabhängigkeit schätzt. Meine Kinder schlugen mir später vor, dass ich auf einmal bei ihnen wohnen sollte. Sie tun dies, um sich um mich zu kümmern, aber ich fühle mich immer noch überfordert. Ich habe kurz bei ihnen gewohnt, aber nicht länger als zwei Wochen. Fangen wir mit meinem Haus an. Seine Frau und er sind tagsüber normalerweise nicht zu Hause. Meine Schwiegertochter bereitete mir immer ein Mittagessen zu, wenn ich ankam, und stellte es in den Kühlschrank, bevor sie zur Arbeit ging. Wenn sie nach Hause kam, war die Hausarbeit ihre Aufgabe. Sie waren beschäftigt und hatten viel zu tun. Ich fühlte mich unwohl, weil ich ihnen immer zur Last fiel, wenn sie zu Hause waren. Ich war den größten Teil des Tages allein und kannte die Menschen um mich herum nicht wirklich, sodass ich mich nicht so wohl fühlte wie zu Hause. Während meine Schwiegertochter und mein Schwiegersohn mir Respekt entgegenbrachten, bemerkte ich mit zunehmendem Alter, dass junge Menschen mich manchmal mit Verachtung behandelten. Bei meinem Sohn zum Beispiel bekam ich Utensilien, die sich von denen unterschieden, die sie normalerweise benutzten. Meine Schwiegertochter lässt mich meine Kleidung nicht in ihrer Waschmaschine waschen, weil sie den Geruch nicht mag. Sie mag es nicht, wenn ich meine Kleidung von Hand wasche. Es ist unangenehm, meine Kleidung in der Waschküche waschen zu müssen oder sogar nach unten in den ersten Stock zu gehen. Ich hatte keineswegs die Absicht, dass meine Tochter sich um meine Bedürfnisse als älterer Mensch in ihrem Haus kümmern sollte, genauso wie sie das in meinem Haus nicht tun muss. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, werde ich von ihr und ihrem Mann sehr gut behandelt. Ich weiß, dass mein Schwiegersohn selbst Eltern hat. Die Großeltern mütterlicherseits haben die Kinder all die Jahre großgezogen. Als sie heirateten, kauften die Eltern meiner Tochter das Haus und das Auto. Es ist wichtig, dass man sich seiner eigenen Situation bewusst ist, wenn man älter wird. In den Jahren nach dem Tod meiner Frau wurde mir allmählich eine Wahrheit klar. Es ist wichtig, mir selbst zu vertrauen, während ich älter werde. Ich muss mein Zuhause nicht verlassen, solange ich in der Lage bin, für mich selbst zu sorgen. Ich kann jetzt kochen, sogar sautieren und gedämpfte Brioche zubereiten. Ich habe auch angefangen, Tai-Chi zu praktizieren. Morgens trainiere ich mit einer Gruppe älterer Menschen auf dem Platz. Das Wichtigste für mich ist, eine gesunde Einstellung zu bewahren und meiner eigenen Gesundheit Priorität einzuräumen. Ich schätze sie. Zusammen mit anderen älteren Menschen, die mit mir Tai-Chi praktizieren, haben wir eine neue Selbstpflege-Methode entwickelt, bei der wir uns gegenseitig helfen. Unsere Tai-Chi-Gruppe ist eine Familie. Wir leben alle zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Acht der mehr als zehn Personen sind wie ich ältere Menschen ohne Partner oder Kinder in der Nähe. Wir haben uns dann einer WeChat-Gruppe für ältere Singles angeschlossen. Die Gruppe hat jetzt fast 20 Mitglieder. Was ist der Zweck dieser Gruppe? Es ist wichtig, sich schlecht zu fühlen oder Schmerzen zu haben, wenn man älter ist und die Familie nicht in der Nähe ist. Viele ältere Menschen bevorzugen es, mit jemandem zu sprechen. Sie wollen weder in ein Pflegeheim gehen, noch eine Pflegekraft einstellen. Abgesehen davon, dass ihre Renten nicht sehr hoch sind, haben sie auch keine Familienmitglieder, an die sie sich wenden können. Wir haben uns entschlossen, zusammenzuarbeiten, um uns in dieser Phase gegenseitig zu helfen. Es gab viele Fälle, in denen allein lebende ältere Menschen zu Hause starben und erst Tage später gefunden wurden. Wir haben beschlossen, eine Gruppe zu gründen, damit wir in Kontakt bleiben und das Wohlergehen aller sicherstellen können. Wir überprüfen die Gruppe jeden Morgen. Wenn jemand nicht antwortet, sehen wir nach, wie es ihm geht. Wir leben alle in unmittelbarer Nähe, entweder in derselben Gegend oder in einer anderen in der Nähe. Die Gruppe hat sich im Laufe der Zeit zu einem Ort entwickelt, an dem wir jede Situation besprechen können. Wenn jemand krank ist und eine Suppe zubereitet oder ins Krankenhaus begleitet werden muss, wird dies nicht kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir zahlen 8 Yuan pro Stunde für die Arbeit. Wenn ich heute krank bin und ins Krankenhaus muss, benachrichtige ich die Gruppe und jeder, der verfügbar ist, kommt mit. Beim letzten Mal hatte ich zum Beispiel seinen Großvater im Krankenhaus, der mir bei den Konsultationen half. Das waren über drei Tage mit jeweils acht Stunden Arbeit. Das sind insgesamt 24 Stunden. Gemäß unserer Vereinbarung habe ich ihm 720 Yen gegeben. Dieses System ist beliebt, weil wir damit Geld verdienen können und gleichzeitig jemanden haben, der uns unterstützt. Sie können sich um mich kümmern und ich werde sie dafür entschädigen. In anderen Fällen bezahle ich sie und sie kümmern sich um mich. Das ist fair und ausgewogen. Alle in der Gruppe haben ähnliche Probleme und können sich gegenseitig verstehen. Wir älteren Menschen finden diese Methode sehr nützlich und erschwinglich. Sie ist billiger als das Leben in einem Altenheim oder die Einstellung einer Hilfskraft. Wir müssen uns alle kennen und einander vertrauen. Die Kinder sind durch diese Gruppe entspannter. Manchmal organisieren wir gemeinsame Ausflüge in den Park, was wirklich angenehm ist. Wir haben unsere Art, uns um die älteren Menschen zu kümmern, weiterentwickelt. Von einer kleinen Gruppe sind wir zu Dutzenden geworden und jetzt schließen sich viele ältere Menschen an. Das entlastet nicht nur die Kinder, sondern gibt uns auch emotionale Unterstützung. Es ist immer jemand da, der sich um uns kümmert und mit uns spricht. Wir haben auch weniger Angst, allein zu sein, wenn wir krank werden. Am Ende kostet es nur ein paar hundert Yuan. Das ist weitaus günstiger als die Kosten für eine Pflegekraft oder das Leben in einer Pflegeeinrichtung. Diese Option wäre für die meisten älteren Menschen geeignet, die sich selbst versorgen können. Wir können Geld verdienen, indem wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig helfen, für uns selbst zu sorgen, während wir altern. Bitte geben Sie eine 9 ab, wenn Sie die Geschichten inspirierend finden und Sie sie zum Handeln anregen. Andernfalls geben Sie eine 0 ab. Wir schätzen Ihre Meinung. Wir schätzen Ihre Zeit. Ich bin Großeltern. Ich bin 65. Ich bin 65 Jahre alt. Ich habe einen Lebensstil gewählt, der meinen Bedürfnissen entspricht. Ich möchte nicht in ein Altenheim ziehen oder bei meinen Kindern leben. Mein Lebensstil ermöglicht es mir, sehr komfortabel zu leben. Freunde und Bekannte haben mir vorgeschlagen, mir nach dem Tod meiner Frau vor mehr als zwei Jahren einen neuen Partner zu suchen. Ich sehe das nicht so. Ich schätze Ruhe. Seit dem Tod meiner Frau habe ich gelernt, mich zu amüsieren.